Okay, auf unserer Rundreise durch die Samtgemeinde Meinersen sind wir jetzt in Volkse angekommen. Achtung, hier fehlt ein Radweg. Und wie sehr der fehlt und wie dringend der nötig ist, das zeige ich euch jetzt. Hier ist der Sportplatz Volkse. Wunderschöner Platz, ihr seht gerade, der wird gesprengt, alles ist toll. Und auf so einem Sportplatz finden natürlich auch dörfliche Veranstaltungen statt. Osterfeuer läuft da hinten, Schützenfest läuft hier, Fußballspiele. Man freut sich, man trinkt ein bisschen was, man will nach Hause gehen. Und dann geht man los, vom Sportplatz los, Richtung Volkse. Volkse ist gleich da vorne, 200 Meter weiter. Und dann kommt man genau bis hier runter. Und hier beginnt die Kreisstraße. Von hier bis Volkse, vielleicht 150 Meter, muss ein Radweg gebaut werden. Und das schon seit Jahren. Aber aus welchen Gründen auch immer, er wird nicht gebaut. Wir sind dafür, dass er gebaut wird. Und wir unterstützen die Volkssaal, ein Radweg für Volkse.